Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute im Test sind die 3 Schläge von Röder dran. Wir haben 3 verschiedene Sorten und zwar den 3 Schlag Silberblinker, 3 Schlag Blau und 3 Schlag Goldwelle. Jedes Bombenohr kostet 6 Euro und würde ich mal sagen gehen wir gleich raus. So, Freunde, los geht's mit dem 3 Schlag Goldwelle. Sehr schönes Gold, muss man sagen. So, wir haben den Silberblinker 3 Schlag. Sehr schön. Aber leider sind die Blinker ein bisschen schnell weg gewesen. Jetzt haben wir hier noch den Blau. Ui, der war schön. Ich freue mich. Untertitelung. BR 2018